der fasst müsste auch die eise was der fasst müsste auf die eisfläche was in fasst doch genug also mal dann rein nehmen wir haben noch nicht genug einer fehlt noch oder ja es kriegt man heute auch noch in nacht spaß doch es hat gereicht geil noch eine noch eine tatsächlich okay war der verrät uns aber wo der ist mario um zu helfen erstelle ich eine okay okay ja das bezahlen was er uns sagt wurde nächsten mond ist angst ich habe ihn auf der karte markiert öffne die karte mit aha ich glaube aber auch ich muss gar nicht so weit einer ist auch da wahrscheinlich so dann gucken wir mal dann schauen wir mal aber nämlich hier kriegst du auch auf jeden fall noch einen mond mit dem hier ein fisch da kannst du mir kümmern tauchen haben wir brauchen jetzt eben immer alle oder ist hier nix kennst du der fahr so nett dies ist doch der von dem anderen da sein bruder ach so der achte fahr so sagt doch gleich mensch der fahr so klagen schmerz und logisch erkenntnete fahrs und bin schon selbst versucht klar ich glaube aber hier ist nichts hier ist kein mond aber dann gehen wir doch dahin wo der uns geraten hat immer ein bisschen schneller rennen ich glaube eben rennen da haben auch die karte gucken ja okay die freuen sich weil jetzt eis schmilzt in blse bilder die 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 Den Komm, ich zeig mal auf den auf Aha 16 waren acht was jetzt ok krass käme kommen dahin wurde wurde er sein soll wenn man jetzt nicht gekriegt weil wir waren doch hier oben schon warte mal warum schießt noch mal was raus da ist er jawohl jetzt haben jetzt brauchst du noch 15 ja geil sau stark und jetzt können wir wieder hier abhauen aber wieder ab kein bock mal hier man muss einfach mal treiben also hier ist auch noch im mond der acht kommen jetzt nehmen wir den auch noch mit wenn man schon mal hier sind am 1 ist eine follower mit einem zuschauer auch so ich dachte eben schon ich dachte eben schon aber ist doch super für pirater freut mich so muss das sein wir können uns verpüßen so da haben wir mal hier ab ja ist langsam ohnehin tendenz steigend ja aber das ist immer schon immer schon immer schon pirater macht der mark ein keine sorge gehen da ist er alles klar jetzt ist er auch enteist worden und dann gehen wir zur odyssey nur noch 14 8 guck mal daher wahnsinn so yeah weiter geht's jetzt ist noch leistungsfähiger genau zack wo geht's jetzt hin so musste sein absolut so musste es sein okay okay die qual der wahl was meinst du welches land hat sich baue sehr wohl verkrümelt zeeland oder forstland und näher hin so mein zeeland oder ins forstland eins für seeland zwei für das forstland er ist ziemlich eindeutig glaube ich fast land will natürlich pro gratis immer gegen der strom klaus wird aber seeland glaube ich ja ab zu den spirits dann in zeeland zieland sorry sorry pro gratis sorry an die leider nein leider gar nicht pro gratis haut in laut es sind für die jahre und jetzt hat er auch noch den regen der einheit an sich gerissen und somit ein ehring will er sich die gesamte hochzeitsausstattung zusammen klauen wo wir gerade ein bisschen zeit haben können wir ja ein paar kleinigkeiten nachlesen als tipp münzen ziel wirft deine kopfbedeckung und schüttler den pro kontroller dann erneut um einen münzen ziel wurf okay ein kopfbedeckung fliegt zum ersten gelegenen ziel das ist super praktisch wenn du dein wenn du kein ziel wasser getrunken hast naja das wird uns bestimmt weiterhelfen dies erzähle ich alles irene dass wir hier jeden haus nix der stopp seeland das soll ganz bestimmt für seine mutter was das soll ganz bekannt für seine mut sein ach ja ein berühmtes hochzeitskleid das nächsten gleit gibt es dort auch aha ok schnixengleid der zerstörer das programm ist der zerstörer ok ok die boden sind auch hier ja mein gott kann man mit leben so viel monde brauche hier gar nicht es hält sich in grenzen die handlagen sind hier völlig aufgebildet bleiben und woher sind hier völlig ungebeten durchgerauscht die haben das ist nicht ein kleid unseres landes gestorben nicht mehr stellen nämlich 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 also alle ok ok money 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 lauter wo beziehst du deine drogen her kannst du die adresse geben sonst geht sie aber noch gut oder doc morris heißt der drogen die nette übrigens ja ender sieben auf geht nein mein gott das entertainment war jetzt immer ein reißverschluss wie toll ist das hier waren wir doch schon also ach warte mal nähe hier können wir hier kommen noch nicht lang das weiß ich weil ihr fehlt uns noch ein gewisses equipment deswegen kommen wir hier noch nicht lang da brauchen wir die taucher brille tatsächlich jetzt entertainment genau wie du gibst meine adresse weiterlautschen deswegen wieso soll ich die weitergeben und du würdest niemals waren habe ich noch nie gemacht wie du gibst meine adresse jetzt ist komplett aus mit lautsche die letzte pro gratis ach so ach so ja jetzt jetzt ist der bescheid komischer fels oder wie kann man den zerstören so nicht kann man denn irgendwie ziehen oder so 2 kaut aber rein ja du musst ja wissen du musst ja wissen oder ist noch was ja ist richtig genau die nimmt übrigens gleiche zeug wie ich heißt kommt es praktisch noch jetzt und da ist der mond unser erster moment ist halt das ganz neue zeug das heiser scheiß auf jeden fall es ist echt heißer scheiß und nice scheiß auf jeden fall so so wo müssen wir jetzt okay das ist natürlich blöd wie traurig denn noch mal vier blatt klobär und richtig teuer ja richtig oder wie zuletzt der im stream von casey im fünflagischen gemeint ist es tatsächlich so als würde man sich mit dem hamster der arsch abwischen das war nicht schlecht so ich glaube das war nicht schlecht drei lag ist klopapier wie man jetzt eigentlich lang magisch ist klopapier mal hier rüber davon ist ja auch was wohl hier glänzt aber einlage ist oder fünflag ist und jetzt am see über am see über ich werde bekloppt da ja da sind sie die italischen individuen jetzt aber nichts mehr zu wollen größe wie der raus hier eben es war ja bekloppt also ok ja klar d irische b aber nein wie immer hört man nicht auf mich was 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 wärst du mal in den wald gegangen als hättest du nicht so eine taucherbrille gebraucht ja das stimmt nicht so eine brille gebraucht das war der club was das war der das klopapier was meine frau auf arbeit gefunden hatte und er darauf da dann kann man sich ja auch gleich einen hamster durch die brille ach das war das genau aber nein wie immer hört man nicht auf mich das also das ja das stimmt das prang ich an warum hört man nicht öfters auf den pro gratis naja jawohl da zwölf stück man sie auf jeden fall schon die taucherbrille erholen ich frage mich jetzt nur wo es noch weiter geht irgendwo muss doch hier jetzt weiter gehen ich muss doch dahin jetzt da oben muss ich hin aber warte mal wenn ich wenn ich wie komme ich jetzt darüber oh i become eine so nübber was ist mit der hier eigentlich die hat es ja ja okay wie hat es gesagt gibt es hier noch irgendwas ne 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 scheiße ich will darüber oder muss oder brauche ich da jetzt das noch gar nicht ist es jetzt hier was ich glaube wir brauchen das noch gar nicht wir können darüber darüber müssen nur genau nur da unten durch ich helfe der netz sollen dass deine sogenannten freunde waren die sich in diesem level gelöst haben achte die ja genau mach doch mal was für die gebagel scheiße das ist schon scheiße jetzt oh gott oh gott oh gott oh gott ich habe mal wieder auf dieser ist es da ja da unten ist es mit dem shop genau ja 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 oder wird doch ein fisch warum habe ich die claudia jetzt nicht im stream gelesen komisch so jetzt können wir hier auf jeden fall sein nimm dir einen fisch immer auf jeden fall da wieder sonnen ja genau jetzt aber wieder paar zusatz dinge genau das war mal auf jeden fall die brille ja und das andere holen wir uns dann demnächst mit poncho sieht doch toll aus oder aber hier konnten wir uns noch ein bisschen was kaufen ja den mond wollen wir auf jeden fall haben sehr schön auch kommen und das war haben wir noch was anderes doch umziehen so wunderbar gemacht ist sie doch 1 aria aus 1 a 1 aria aus